Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Nack. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid hier richtig. Wir sind gerade in der Stadt. Und hauen hier mit Nack mal richtig auf die Pauke. Super cooler Level. Mein persönlicher Lieblingslevel hier bei Nack. Der Stadtlevel ist richtig geil. Macht richtig Bock. Kann wir hier auch... Ja, dem kann wir nix tun, aber... Komm mal... Ah! Shit! Ja, okay, komm ja. Bevor du ausgeholt hast. Der mit seiner komischen Bubblegum-Pistole da. Ja, genau. Jetzt haue ich dir einen Anlass. Hier die Lampen schön immer mit... Sprengfalle, Lampen immer schön mitnehmen. Wir haben auch noch einen Special Move. Jetzt gehen wir hier durch den Tunnel. Was richtig cool gewesen wäre, wenn man noch die Dinger hier hätte... Boah! Kaputt hauen können. Ja, sehr schön. Einfach nur cool aus, wenn Nack da in der Stadt rumläuft. Boah! Der müssen wir uns erst mal ein bisschen mit teilen. Oh, hier geht das nach rein. Oh, noch ein Stück hier. Sehr cool. Wir haben hier richtig Teile schon reingeholt. Sehr cool. Sehr cool. Hier oben geht es weiter. Special Move. Können wir jetzt auch gleich starten. Aber erstmal will ich hier noch den... Na, kommen wir da nicht mehr hoch? Ne, da kommen wir nicht mehr hoch. Egal. Macht nichts. Und dann müssen wir erst da rauf. Doch, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Einmal auch für Pauke gehauen. Dann passt das hier. Oh, wow, wow, wow. Was hat der denn da für komische Dinger? Boah, krass. Krass. Was sind das hier für Teile? Okay. Okay, okay. Richtig fies hier mit Sprengpfeilm auf dem Dach. Okay, okay. Okay. Oh, wow, wow, wow. Oh. Ja, er muss aber jetzt eigentlich... Na. Oh, krass. Keine Chance hier. Okay. Wir probieren das so lange, bis es klappt. Wir dürfen auch nicht in diese komische Glibbermasse rein. Okay. Ah, shit, die Pity. Den einen haben wir. Den einen haben wir. Können wir hier noch irgendwas mit... Oh. Krass. Der Vogel ist echt krass hier. Oh, fuck. Das war... Das ist... Der Typ ist echt schwer. Das gibt's doch nicht hier. Das gibt's doch nicht. Den kriegen wir wahrscheinlich nur mit einem Special Move hin. Oh, nee, der hat uns doch gekriegt hier. Wir sind gleich schon wieder im Eimer. Ja. Das muss nochmal, aber wir haben jetzt auch gleich hier eine Möglichkeit auf einen Special Move. Und den dürfen wir hier nicht verbraten, weil den brauchen wir auch. Ach, Mensch. Okay. Sollten wir jetzt hinkriegen. Ja, sehr schön. Jetzt machen wir die Platte hier, die Kicher. Straße rauf und weiter geht's. Nein, noch so einer. Das darf doch nicht mehr wahr sein. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Hier runter. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen. Ja, da können wir auch Teile sammeln. Hier, Telefonzelle. Ach nee, nicht schon wieder so einer. Wie, wie haben wir denn da vorne? Genau. Ach, Mist. Ja, wunderbar. Die kriegen wir auch noch flach hier. Jetzt wären Teile nicht schlecht. Bringt aber nicht viel hier. Briefkasten. Okay. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was. Minimal bringt das was. Aber da unten sind wieder Teile. Hier die Lampen. Sehr coole Idee auch, muss ich sagen. Telefonzelle. Hier wird alles platt gemacht. Sehr schön. Rider, nur so eine Frage. Wenn du einen Panzer baust, Hättet ihr dann Heckflossen? Nein. Dann sag mir, was geht hier vor sich? Kommt dir das nicht alles irgendwie bekannt vor? Charlottes altes Auto? Ganz genau. Es ist, als ob jemand Charlottes alte Entwürfe kopieren würde und sie fürs Militär umbaut. Noch ein Rätsel, das wir lösen werden. Mit Gandaha. Da kommen sie wieder, meine Brüder. Mit der Axt. Komm ich jetzt. Ja, leider hat er mich auch nochmal gekriegt. Der nimmt immer alles mit. Bringt zwar nicht viel, aber immerhin so ein bisschen was. Da ist auch noch eine Lampe. Und da ist auch noch eine. Oh, einer wieder mit zwei Sägeblättern da. Oh, der kann die auch noch schmeißen. Ist ja abgefahren. Oh, hier sind auch noch welche. Sehr schön, okay. Sehr schön. Zersäbelt den Vogel. Hier auch noch was? Wir müssen hier, glaube ich, jetzt ins Rathaus rein. Oder durch. Oh, hier können wir auch noch was. Ah, das kriegt nix. Nee. Aber hier kann man... Okay, mein lieber Sohn, nicht mit mir. Hier weiter. Hier kriegen wir endlich wieder Teile. Energie auffüllen. Oh, da sind Zuschauer. Okay. Einmal durchmarschiert. Nein. Der hat mich auch noch getroffen. Boah, krass. Okay. Zum Glück ist das eine kurze Szene. Ah. Das ist aber richtig heftig hier jetzt. Okay, Boys. Okay. Oh, ich stelle hier die Teile neben. Ach, nee. Ich komme da gar nicht hoch. Ah, der hat mich noch getroffen. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, ich hätte nicht zurückgehen dürfen. Ja, der hat's in sich hier, der Level. Nein, nein. Nicht zurückgehen. Nicht zurückgehen. Keine Chance hier. Okay. Ich muss erst mal ausweichen, glaube ich. Einer... Das ist so gemein hier. Die können beide... Oh, keine Chance. Keine Chance. Ich muss wahrscheinlich warten, dass ich hier... Einen habe ich noch geschafft. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Bin schon wieder tot hier. Keine Chance. Zum Glück ist der Laden. Bin schon schnell, ja. Ah, hier oben ist noch einer. Da gehe ich noch mal rein. Sehr schön. Schnell zurückgehen. Nein! Was machst du denn? Wieso gehst du da dann nicht durch? Ach. Es ist unfassbar. Wieso geht der da denn nicht wieder rein? Ich muss das nochmal versuchen, ob ich das... Hier ist mal wieder ganz rein, ja. Normalerweise können die mich hier nicht treffen. Jawohl! Endlich! Das war ja der Hammer hier. Endlich haben wir es geschafft hier. Perfekt. Da können wir uns gleich wieder Vollsauung mitteilen. Okay. Jawohl! Jawohl! Sehr schön! So, noch schön die Sonnensteine mitnehmen hier. Das läuft ja wie Schmidts Katze jetzt. Steine. Ich schätze mal, hier müssen wir rüber. Und da geht es dann weiter.